Was passiert in dieser Folge? Boah, ist das jetzt für mich? Ja. Und meine Frage ist, ob was geht zu zweist du? Nein, weil ich bin 13. Ich want in mein Arsch. Komm, gib mir deine Hand, Opie. Jo, 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 warte mal. Ey, wir spielen jetzt ein Spiel, okay? Wir spielen jetzt ein Spiel und du versprichst mir, wenn ich gewinne, lässt du Like da, okay? Ja? Okay, passt auf. Das Spiel geht so. Du darfst das Video nicht anklicken. Ja, brah, bist du dumm? Du hast das Video anklickt, du lässt jetzt Like da. Ich hab gewonnen. Hallo? Du hast es versprochen, also lass jetzt Like da, Digga. Hä? Der Typ denkt wirklich, er wäre lustig. Wir reden später, Inschallah. Hallo? Habt ihr das denn jetzt schnell? Ihr merkt schon, ich bin halt smart. Richtig smart. Smarter ist ja alle zusammen. Jedenfalls war ich wie immer auf OmeTV unterwegs und habe tolle Menschen geklärt. Und da war auch eine super schöne Frau. Ich sag euch ehrlich, die Schweiz. Oh, Inschallah. Ich sag einfach, schaut das Video bis zum Ende. Wenn ihr neu seid, lasst ein Abo-Demo für mich da. Ich weiß, ich will machen voll die 200.000 Abonnenten. Also lasst ein Abo da, Mann. Es fehlen nämlich nur noch 5 Abonnenten. Waren ja alle nicht abonniert lang. Und jetzt geht los mit dem Video lang. Schisch. Ich hab mich grad verliebt. For real. Also for real jetzt so, ne? Das leidet sich jung. Ah, nein. Ah. Nee, komm mir nicht so. Wie alt bist du? 17. Ah. Okay, warte, warte. Wie entschätzt du mich? 14. Ah. Ah. Au. Ja, ey, ey. Pass auf. Jetzt sag, woran liegt's? Ist es die Stimme, die mich so jung macht? Oder wo, wo, wo liegt das Problem so? Deine Größe? Du weißt ja gar nicht, wie groß ich bin. Ich sitz einfach nur hier. Ja, aber dein Hals ist schon so klein. Mann, ein Hals ist... Ich glaub, ich geh gleich offline, Digga. Ich hab mir bisher noch ein paar Hoffnungen gemacht, ne? Ähm, es wär cool, wenn du's jetzt nicht ganz kaputt machst. Ja. Ey, warte, ich geb dem Ganzen noch ne... Gibst du mir noch ne Chance? Ja. Wie groß bist du? Ich bin 1,75. Liege. Ja, reicht schon. Hast schon verkackt. Warum? Wie groß bist du? 1,80. Ich hab' guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. Oh mein Gott, oh mein Gott. Wir kennen dich, du bist diese TikToker da. Ey, ich hab grad... Was wollte ich jetzt sagen? Oh, warte mal, mir fällt... Ähm... Ey, komm doch, ich müssen ja ins Bild. Ich... Ähm, ich weiß, was... Ich wollte irgendwas sagen. Was wollte ich sagen? Ähm... Oh Gott, was wollte ich sagen? Ey, ich... Ich muss kurz meine Brille aufsetzen, weil ich... Ich schiel manchmal, Digga. Ey, ich schiel seit... Ich schiel... Ich hab... Wissen wir, ich hab... Ich glaub, ich brauch einfach ne Brille, weil... Ich schiel manchmal so, weißt du? Manchmal ist so... Schiel dir auch? Was, Bruder? Ey, ich... Ich... Ich bin grad überfordert. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich... Warte mal, ich muss kurz was nachschauen. Ey, seid ihr zufällig... Habt ihr zufälliger... Warte mal. Ich bin überfordert. Warte, lass mich kurz überlegen, was ich sagen wollte. Ähm... Ähm... Seid ihr zufälligerweise noch Single? Ich frage fünf Kollegen im Discord gerade. Also... Also ich bin Single, sie ist auch Single, ja. Mhm. Ey, ich find eure Ketten voll schön. Ich sag euch ehrlich so, ne? Die Ketten also. Sicher, dass ihr die Ketten meint? Danke. Ich fühl die so hart. Ey, ich wünschte... Es... Es fuckt manchmal so ab mit dem Schienen. Ich sag ehrlich... Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. So. Das ist echt unangenehm so. Aufstehen. Wake up. Wakey, wakey. It's time for school. Wakey, wakey. Wakey, wakey. It's time for school. Hello. Wakey, wakey. It's time for school. Wakey. Bra, hab ich den jetzt wirklich geweckt, Land? Oh, sorry. Warte, warum schläfst du auf Ohmeland? Was ist dein Problem? Ich wollte vielleicht ein bisschen näher in die Kamera kommen, weil man sieht euch echt schlecht so im Dunkeln. Du musst... Sag mal, das ist so schwer, weil ich kann uns so bewegen los. Hm, na, das ist so schon... Im Alter ist es schwierig mit dem Bewegen, so sagt ihr. Ja, das ist im Alter sehr schwer. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mal ein bisschen zusammen Sport treiben. Da wird mir wieder ein bisschen so... Ich kenne das super gute Übungen, so, damit man wieder ein bisschen so gelenkiger wird. Weißt du so? Ja, ja. Ey, findet ihr, das wäre eine gute Idee, so? Ey, komm direkt vorbei, wir machen so ein paar Sportarten, ein paar Übungen, so, ne? Ja, machen wir. Ja, ja, ein paar richtig coole Übungen, ich sag dir, da bin ich Profi. Ich renke dir deine ganzen Knochen alle wieder ein. Dann wirst du keine Probleme mehr haben, ne? Ja, ich hoffe es. Jeden einzelnen Knochen von oben bis unten. Ich hoffe es mal für dich. Natürlich. Ja, ja, ey, meint ihr, ihr kommt jetzt gleich zum Sport machen vorbei? Definitiv. Ja, klar. Eis. Ich bin ready, wir machen richtig coole Sportarten, richtig coole Sportübungen. Wir renken ein bisschen ein, dies, das. Das gibt eine Anzeige. Einfach der hübsche Opa, Bruder. Ich schwöre, ich hab so Quash auf dich, mein Süßling. Oh, Opa, du bist so ein Süßling. Ich schwöre, ich mag dich doch. Ich küsse doch dein Herz, Opie. Ich küsse deine Auge. Komm, gib mir deine Hand, Opie. Oh, komm, Opie, gib mir nochmal Hand. Hm? Hm? Opie? Ja, ja, ja. Ja, 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 Opie. Nein. Kannst du Deutsch sprechen? Nein. Okay, nice. Nice to meet you. I'm Asha. Asha. Hallo. Welcome to your German-English-Lesson. Welcome. Today we learn new words. Now we translate any German words to English and the English words to German. Are you ready? Yes. Nice. The first step is in English. You say, how are you? How are you? Okay, do you know what it means in German? No. In German, you say, swans in my arsch. Lass es. What? Swans in my arsch. Can you say that? Swans. Swans. In. In. My. My. Arsch. Arsch. Got him. Okay, we make it easy. In English, you say, shit happens. In German, you say, ich, speak with me, ich, kacke, gern. Gern. In. In. Meine. Bett. Bett. I love you. You are very beautiful. Thanks. Christian, peace an die arme Frau. Wie heißt du denn? Also, ich sag jetzt so immer geben, umnehmen. Ich geb dir mein YouTube, du gibst mir dein Insta. Ist das ein Deal so? Ja, ist ein Deal. Boah, ist schwierig. Dann geh ich dann. Wir schicken beide gleichzeitig, okay? Bei drei so. Oh, ich hab schon geschickt. Ja, okay, ich schicke meins auch. Guck mal, ich hab meins geschickt jetzt. Aber du hast ja gar keine Beiträge online. Ja, aber Highlight. Ähm. Wo bin ich stehen geblieben? Richtig jetzt. Uppe. Nee. Tschüss. Na. Na. Na, ich würd abend Netflix und chill mit meinem Teddybär machen, Digga. Ah, ich möchte auch. Für den Teddy. Den Teddy, ja. Der Teddy, der ist noch Single. Und ich auch. Ähm, der Teddy ist Single, ja. Tschüss. 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 Ey, ähm. Ihr könnt, äh, vorbeikommen. Oh, ist das Herz für mich? Ja. Oh, da seh ich mich doch. Definitiv. What the fuck? Ich will mal wissen, wer von euch größer ist. Stellt euch mal kurz Rücken an Rücken. Boah, die eine ist halt einfach viel größer als die andere. Tschüss. Ja, ist es nicht viel. Ja, also, wenn ihr wollt, ähm, wie gesagt, ich geh am besten da einfach mal zum Optiker nochmal. Wegen meinen Augen schauen, wegen dem Schienen und so. Sonst kombiniert ihr die Spitalgruppen. Ja, ihr könnt mich super gerne besuchen, komm. Na, aber vergesst deine blonde Freundin nicht, ne? Ich vergesse sie nicht. Hä? Wer ist das? Das ist, ist das Ex? Ihr Ex. Deine Freundin hat einen neuen Freund. Was? Pass auf, du musst dir vorstellen, ich weiß, das ist immer so Samsung-User so, ne? Ich hab jetzt seit ein paar Tagen mir ein neues Handy geholt hier. Apple auch, ne? Weil ich reich bin. Apple. Siehst du das? Das ist Apple. Ich bin reich! Und ich scheiß auf alles. Aber, äh, ich hab halt noch keine Nummer fürs Handy. Kannst du mir da eine Nummer geben oder so? Weil ich brauch noch eine Nummer. So, wär cool, wenn du... Scheiß drauf, Digga. In der Schweiz sind nur coole Menschen, wisst ihr das? Ja. Wir sind Schweiz. Ach, Tatsache! Warte mal, ey, ich wollt euch was mitteilen, wisst ihr? Ich hab das nämlich extra geübt. Ähm, ich bin zwar nicht 14, but I'm the one for you. Das ist halt so, weißt du? I'm the one 14, 14, I'm the 1 for 4 for you. Ich bin nicht 14, aber I'm the one for you. You know what I mean? Ich weiß, ihr ist scheiße, aber gebt mir eine Chance, okay? Aber ich bin ehrlich so, ich find schon, dass ihr Schweizer ein bisschen abgehoben seid. Nur weil ihr aus der Schweiz kommt, denkt ihr auch, ihr müsst eigentlich Sprache finden, so, ne? Also irgendwie... Ihr seid schon so ein bisschen eingebildet, ne? Ihr mit eurem Gewitzerricht, Digga. Das hat alles so reich in der Schweiz so eingebildet. Wie kann man so abgehoben sein aus der Schweiz? Digga, da denkt ihr einfach, ihr müsst eigene Sprache machen. Redet doch einfach gleich Deutsch, Mann. Macht, Wurz! Kennst du die neue Serie Squid Game? Ja. Das ist ja so, bei Rot musst du stehen, bei Grün darfst du gehen, ne? Wir machen jetzt so, rotes Licht, grünes Licht. Aha, aha, ich bin so lustig, aha! Also, ich bin ehrlich, ich hab jetzt schon irgendwas Krasses erwartet, wenn ich hier komm. Hab schon gedacht, jetzt kommen irgendwelche Moves hier wieder mit Kamera-Flickflack. Das könnte ich machen, Bro. Aber. Äh, soll ich's machen? Ne. Ey, ich hab so reingefällt, Digga. Wasch der Vorführ... Vor... Äh, äh, ähm... Sprachen lernen, Babbel. Gelassen das einfach. Hast du heute schon ein paar Chayas gesehen? Weil ich hab keine gesehen. Bruder, wie alt bist du? 23. Jetzt, no joke? No joke, 23. 23. Kann sein, dass heute auf Omi nichts los ist, oder bin ich... Ist heute einfach... Ja, ich... Ich find auch, du bist bisher die einzigste hübsche Person, die ich gesehen hab. Weißt du, ich meine... Ich würd, ich kann das auch sagen, aber... Aber irgendwie nicht, ne? Geht irgendwie nicht. Ja, ist... Irgendwas triggert mich so ein bisschen. Ich glaub, es ist der Stern im Hintergrund, würde ich einfach mal behaupten. Wobei, warte, geh mal ein Stück... Geh mal ein Stück weiter raus. Noch ein Stück. Geh mal noch ein Stück zurück. Noch ein Stück. Jetzt ein Stück nach links noch. Noch ein Stück. Geh mal noch ein Stück. Noch ein bisschen. Noch, noch... Ja, grüß noch ein... Ja, warte noch, noch. Noch ein bisschen mehr. Ach, du Assi, Mann. Ah, also... Mh, schade. Ja, nee, sonst... Ja, gut, dann. Wieso, hast du dich schon als großen Bruder so gesehen, oder wie? Also, eigentlich nicht so als Bruder. Wie denn? Mir fällt gerade der Begriff dafür nicht ein. Nicht Bruder, sondern... Also, ich glaub, von der Mom aus nennt man es Schwiegersohn. Glaub ich. Ja, ich glaub, aber wie das... Mir fällt da nicht so der Dings ein, weißt du? Ich weiß nur, wie von Mom zu... Also... Eine Ewigkeit später. Ich, so wie ich das gesagt hab, meinst du, da geht was? Tja, antwortet mir einfach nicht. Gib mir mal eine Antwort. Meine Frage ist, ob was geht so... Weißt du, ja oder nein? Nein, weil ich bin nicht 15. Ich bin 13. Hm. Ich bin 14. Ich bin 14. Ich bin 14. Ich bin 15. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017